Wenn es regnet in Deutschland, so viele Fragen, wollen wir antworten und taten? So viel ist klar, nicht noch mehr Geld für die Banken, wenn der Bürger bezahlt. Werd jetzt Teil deiner Zukunft und triff deine Wahl. Ich verliere einen Sommer, aber rette dafür, all die Sommer, die noch kommen, ich habe dieses Gespür. Auf den Winter hab ich so keine Lust bei diesen Preisen, wer im Lande kann sich eigentlich die Energie noch leisten? Schon die Frage allein, sie gibt ihr Antworten, Banken kassieren, wir bezahlen man, wie lange noch? Wer hat den Mut zur Wahrheit, wer hat Klarheit? Welcher Mittelständler hat ne gut bezahlte Arbeit? Wer gesteht sich die Fehler denn ein? Was passiert, wenn's so weitergeht? Gehen wir dann heim? Ohne Liebe und Freude, mit wenig Perspektive, doch für Deutschland gibt es eine Alternative. Die ersten von morgen, nicht die letzten von gestern, das sollten wir sein, meine Brüder und Schwester. Ziele definieren, sich neu orientieren, das könnte unser Weg sein, wir müssen kommunizieren. Wenn es segnet in Deutschland, so viele Fragen, wollen wir antworten und taten, so viel ist klar. Nicht noch mehr Geld für die Banken, wenn der Bürger bezahlt. Der hat jetzt Teil deiner Zukunft und triff deine Wahl. Und sollte man den Menschen nicht die Möglichkeit aufzeigen, mit einzugreifen und auch mit zu entscheiden? Alle sind so wichtig, ob jung oder alt, jedes Alter ist vertreten hier, was für ein Zusammenhalt. Keiner biegt nach rechts ab oder macht ne Linkskurve, geradeaus ist die Richtung nach vorne. Am besten ohne Schulden, muss man die echt dulden? Die Frage ist Programm, ihr Charakter ist schon cool, denn der Euro ist gerettet, die Renten sind verzockt. Ja, Kinder haben keine Zukunft, das ist dir doch klar, Mutter und Vater, sie schenken dir das Leben. Hier in Deutschland wird uns Brüssel jetzt alles nehmen, das System kann doch wirklich keiner mehr verstehen. Also gebt eure Stimme alle der AfD, also rechne nicht mit Angie, mit allem Lug und Trug und hab Mut zur Wahrheit und die Zukunft wird gut. Wenn es regnet in Deutschland, so viele Fragen, wollen wir antworten und taten, so viel ist klar. Nicht noch mehr Geld für die Banken, wenn der Bürger bezahlt, werd jetzt Teil deiner Zukunft und triff deine Wahl. Denn es regnet in Deutschland, zu viele Fragen, wollen kein Gelaber, sondern Taten. So viel ist klar, keine EU-Diktatur, sondern einer der Staaten. Los, sei jetzt Teil deiner Zukunft und triff deine Wahl. A steht für Aufbruch, F steht für Freiheit, D steht für Durchhalten, es ist jetzt an der Zeit, etwas zu ändern in unseren Bundesländern. Wir wollen den Sommer nutzen, ihn nicht verplempern, also pack mit an, gebt eure Stimme. Der Alternative für Deutschland in diesem Sinne, so kannst du nicht weitergehen, das wirst du gleich verstehen. Keine Schulden tilgen, keine Schulden, das musst du eigentlich stehen. Denn es regnet in Deutschland, so viele Fragen, wollen wir antworten und taten, so viel ist klar. Nicht noch mehr Geld für die Banken, wenn der Bürger bezahlt, werd jetzt Teil deiner Zukunft und triff deine Wahl.